Wir bauen etwas auf für einen Kollegen, der heute schon mal gespielt hat. Wir können ja selber, wir können selber nur leidlich, nur leidlich Klavier spielen. Für zu Hause reicht's, für die kleinen Kinderlein reicht's. Zum Komponieren reicht's auch. Manchmal hört man Klavier auf einem Konzert. Und damit man das heute nicht nur hört, sondern auch diesen Spieler sieht, der dieses Klavier dazu spielt, heißt ihn herzlich willkommen, Gerd Gürger. Applaus Applaus Obenauf von Wellenkamm zu Wellenkamm. Tausend Nächte lang zieh ich ein zu meiner Bahn. Ich kämpf mich durch die Kist und mehrere Stimmen sind im Orkan. Suche ich dein Gesicht und find es nicht. Hätte ich nicht, doch ohne Sie, was mich von dir fortgetrieben hat. All die schweren Fällen, die sind, trennen mich von dir. Sag mir, wann muss ich endlich, ich bin weiter. Oh, wann, komm ich bei dir an, bin ich endlich zu Haus. Ich breche auf, fühl mich wie ein Weltenweiter. Und dann, wenn du dich bist, dann, bin ich endlich zu Haus. Und du bist noch weiter wie Haus. Reicht mir deine Hand. In deinem Traum kann ich es sehen. Mein Herz ist schwer wie klein. Wenn der Wind auch um mich weht, doch ich dir stehe. Wenn der Wind auch um mich weht. Mein Herz ist schwer wie klein. Und wird mein Anker sein. Warum konnte ich nie besiegen? Hast mich von dir fortgetrieben. All die schweren Wellenwesen zwischen dir und dir. Sag mir, wann, muss ich endlich, ich bin weiter. Und wann, komm ich bei dir an, bin ich endlich zu Haus. Ich breche auf, fühl mich wie ein Weltenweiter. Und dann, treu mit dem Topf, Und dann, treu mit dem Topf, fühl mich wie ein Weltenweiter. Und dann, wenn du dich bist, dann, bin ich endlich zu Haus. Und dann, wenn du dich bist, dann, bin ich endlich zu Haus. Und dann, wenn du dich bist, dann, bin ich endlich zu Haus. Und dann, wenn du dich bist, dann, bin ich endlich zu Haus. Und dann, wenn du dich bist, dann, bin ich noch weiter hinaus. Ich bin ein Weltenweiter. Ich bin ein Weltenweiter. Ich bin ein Weltenweiter. Ich bin ein Weltenweiter. Untertitelung des ZDF, 2020